Hey, sind sie schon dort noch? Was? Wie sind denn die schon dort noch? Die sind ja schon dort noch, Rotefack. Da ist auch schon einer. Wir machen das, was wir machen. Die Scheune ist mehr. HIT! 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 Das war's für heute. Hint! Haben wir irgendein Team schon die Handschellen oder nicht? Ich hab's! Hörst du da? Bist du ein Spion? Ich bin ein Spion! Geht's schon! Nächsten da! Hoi hoi! Ich verteidige euch da mal! Wir decken es halt nicht, dass wir da noch einen Hitz kriegen oder? Macht noch! Geht's ja da, da, da! Was bleibt es bei ihm? 82? 82 hoch! Ja, da, da, da! Ja, da, da! Ja, da! Lingskoneck kann er kommen oder? Doch, können wir uns! Gehen Sie? Böse? Hast du noch ein Fettdienst? Ja Let's go Komm weg! Ach komm! Du kannst mal die Haubefeind machen! Boah! Böse! Du kannst mal die Haubefeind machen! Was ist Hans? Du kannst mal die Haubefeind machen! Was ist Hans? Gute Jungs! Ja neuse Haben wir gut gemacht!